Ich glaube, dass es wichtig war für den Kopf und für den Körper, mal ein paar Tage dann auch wegzukommen vom Fußball. Die Jungs haben trotzdem zu Hause ein Läufchen gemacht. Das bedeutet, wir haben in der Zeit nicht so viel verloren, aber trotzdem hast du fünf, sechs Tage frei. Es ist natürlich wie jedes Bundesligaspiel, wie jedes Pokalspiel, wie jedes Champions-League-Spiel eine wichtige Partie für uns, weil wir natürlich schon auch die Tabelle lesen können und dort feststellen, dass wir Punkte brauchen. Eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, die in der Bundesliga bleiben will, für die jedes Bundesligaspiel was Besonderes ist. Und natürlich wissen wir alle, wir spielen Bundesliga gegen Bundesliga, dass die Möglichkeit immer da ist, in solchen Spielen dann auch Gefahr zu laufen, auszurutschen. Aber nochmal, wir brauchen Punkte, wir wollen Punkte und es liegt dann natürlich vor allen Dingen an uns und unserer Leistung, inwiefern wir das dann auch zulassen.